Hi und herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal der Fischer Akademie. Ich bin Pierre. Ich habe heute einmal mit dem Mike zusammen noch eine Fahrstunde genommen. Was machst du jetzt? Nö. Gibt der hier das Anfahren am Berg oder was? Da 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 da. Was willst du hier? Willst du in Netto rein oder? Und ich hatte ein bisschen Prüfungsangst. Wie diese Fahrstunde jetzt gelaufen ist, könnt ihr in diesem Video sehen. Ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß bei diesem Video. Gerade jetzt an der Straße, wo du rechts abgebogen bist, was war das? Eine Einbahnstrafe. Was hättest du machen müssen, wenn wir links abgebogen sind? Links einraden. Richtig, sehr gut. Nur mal so ein paar Überprüfungsfragen. Okay. Sehr schön. Wir fahren dann weiter. Gehrad aus. Vorwärts sitzt. Ich denke schon. Frisur sitzt. Ja. Sehr cool. Bist auch leicht aufgeregt für den morgigen Tag. Ja, echt total. Ich habe glaube ich immer das große Problem, dass ich eine gute Prüfungsangst habe. Ich glaube im normalen im Alltag bin ich eigentlich immer recht locker. Aber sobald dann Prüfungen losgehen, dann steigt die Möglichkeit. Ist das auch bei der Schulprüfung in allen Themen so und so gewesen? Oder? Ja, Referate ging eigentlich immer. Warte, wir fokussieren uns kurz mal. Da kommt von vorne. Okay, alles klar. Also jetzt erstmal kein Problem. Schulprüfungen und Referate. Ja, Schulprüfungen da. Einfach die wichtigsten Prüfungen da. Da ist dann eben immer eine Universität da. Aber jetzt so wie bei der Führerscheinprüfung. So eine Nervosität hatte ich glaube ich lange nicht mehr. Okay. Theorieprüfungen hast du ja gut gemeistert. Ja. War das auch so eine Aufregung oder? Ja, es ging. Weil ich finde, wenn man die praktische fährt... So, wir bleiben dann mal links und fahren weiter im Sinne des Straßenverkehrs geradeaus. Also auch wenn es hier links abgeht, ist das fahrtrichtungsmäßig geradeaus. Ja. Fahren weiter geradeaus. Ja, es ging, weil die Theorie ist sowas, wo man drauf lernen kann. Und das ist glaube ich so ein bisschen eine Fleißsache. Aber in der Praxis kann eben immer alles passieren. Okay. Wir biegen die nächste bitte mal nach rechts ab. Nach rechts. Ja. Jetzt ist der eindeutig in dieser Spur bleiben müssen. Du bist so ein Stück rüber gerutscht. Hast du gemerkt? Ja. Das war unnötig sozusagen Freiraum schaffen für einen Motorradfahrer beispielsweise. So, wir biegen nach rechts ab. Was müsstest du beachten? Beim Abbiegen generell immer die Fußgänger. Okay. Und was ist jetzt noch hier? Ich bin voll Fahrradfahrer. Ja. Und was noch hier? Du bist gerade drüber gefahren. Schienenverkehr. Ja. Fette, dicke, dicke, fette Straßenbahn. Ja. Ja. Sehr, sehr gefährlich. Okay. Fahr mal hier rechts rein. Äh, hier rechts rein. Fahr mal hier rechts rein. Ich will mal noch ein bisschen was versuchen, dir mitzugeben für deine praktische Prüfung. Das können auch andere vielleicht in Zukunft einsetzen. Ja, stell dich einfach mal hier her. Wir fahren dann ein Stück weit vor. Also, diese Aufregung, die du hast, die ist ja im Grunde genommen vollkommen normal. Jeder hat ja irgendwie zur Prüfung auch eine Aufregung. Und ich habe von meinem Freund Christian Lottermann, der hat so ein System auch entwickelt gegen Prüfungsangst. Okay. Und bei der Prüfungsangst, wenn so eine, so eine Angst entsteht oder man, da geht ja so der Blutdruck hoch, kommt so ein bisschen die, das Blutentwallung und man ist aufgeregt und durch diese Aufregung wirst du dann nicht so richtig, was mache ich eigentlich in dem Moment. Also, das ist so dieser, dieses Gefühl auch, was bei dir bei Prüfung hochkommt. Und ich habe da einen schönen kleinen Trick, den nennt man den Gummi-Trick. In dem Moment, wo du diese Aufregung hast, ich habe hier so einen komischen Schnipp-Gummi, ja, schnippst du eigentlich sozusagen den Schmerz, mit Schmerz, diese Aufregung weg. Also in dem Moment, wo du aufgeregt bist, das können wir jetzt bei der Fahrstunde probieren. Zack, knallst du dir ran, okay. Jetzt erinnert er sich, ah, Schmerz, ich muss eigentlich nicht aufgeregt sein. Und ich gebe dir mal, ich habe hier so ein Gummi mit für dich, ich meine, gut auch, ja, mach dir den mal hier ran, nee, am besten an die Seite. Den kannst du auch, im Grunde genommen, kannst du den auch an der Ampel an die Prüfung. So, jetzt schnipp mal hier drauf. So, und immer wenn du aufgeregt bist, schnippst du dir einfach das ran. Der Schmerz sagt dir dann, okay, du musst nicht aufgeregt sein und dann fährst du komplett wieder runter. Das gelingt auch, bei manchen vielleicht nicht, aber bei den meisten gelingt das. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus und wenn du willst, kannst du das auch zur Prüfung mit einsetzen. So, okay, wir fahren weiter. Meine Idee wäre jetzt ein Stück weit, oder versuch einfach mal wieder rauszukommen, um auf die Straße zu fahren. Also raus kommst du jetzt hier nicht. Nee, da muss ich nicht. Also du musst hier irgendwie versuchen zu wenden, auch das ist ja Thema der Prüfung, das heißt ein Stück zurück und dann fährst du hier vorne hin. Und wenn du Aufregung spürst, schnippst du einfach mal mit diesem Gummi. Mal gucken, ob die Aufregung dann zurückgeht. Das ist eine ganz einfache Sache. Und wenn ich aufgeregt bin, wenn du jetzt eine Kreuzung fährst, wo ich mir denke, das könnte knapp werden, schnipp ich auch. So, gut, jetzt war ich natürlich nicht aufgeregt. Achso, so machst du das? Wäre eigentlich relativ cool. Wollen wir den noch weglassen oder der läuft hier mit seiner Akte rum? Ja, lass mal den mal durchführen. Na gut, der geht hinter uns lang. Ja, ist bestimmt ein Bauingenieur. So, okay. Sehr schön. Bam, bam, bam. Also Aufregung, schnippen wir in Zukunft weg. Weg, okay. Prüfungsaufregung, Prüfungsangst, schnippen wir in Zukunft weg. Wenn du eine Kreuzung ranfährst und sagst, oh, jetzt bin ich aufgeregt. Bang, kurz weg schnippen. Soll ich der Vorfahrtsstraße folgen? Nein, fahr geradeaus weiter. Wenn ich nichts sage, einfach geradeaus. Okay. Was machst du jetzt? Erstmal. Nö. Was machst denn du? Wir haben grün. Schrägstrich nicht grün, sondern wir haben Vorfahrt. Du kamst ja von der Vorfahrtsstraße. Ja. Wir fahren weiter geradeaus. Du kamst jetzt von der Vorfahrtsstraße, die ging nach links. Die kam von der Nebenstraße. Wir fahren geradeaus. Du musst dich schon beeilen jetzt. Ja. Jetzt musst du schon mal losfahren, sonst wird das hier knapp. Weil wenn du mitten auf der Straße stehen bleibst, wird das nichts. Dann wird das so wie mit deinen Kollegen hier vorne uns. Das ist auch ein Fahrschulauto von uns. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ist hier die internationale Fahrschulausstellung. Das ist der Andreas. Gibt der hier das Anfahren am Berg oder was? Das sieht aus wie die erste Fahrstunde. Da sind wir ganz entspannt. Ich schaue schon mal in den Rückspiegel. Und geht gar nicht. Sehr schön. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir oben bitte nach, natürlich auch nach links, dann fahren wir auch nach links. Was ist das hier? Für eine Straße? Ja, links wollen wir. Eine kleine Einwandstraße. Ja, genau, 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 genau. Das siehst du schon an den Fahrzeugen. Alle in dieser Richtung. Genau. Sehr schön. Und guck, der wartet noch, aber es ist grün. Man kann schön rumfahren. Einfach los. Super. Klar musst du mal jetzt hier drauf achten. Ja, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, als du auch am Berg standest bei den ersten Fahrstunden und da vielleicht auch nicht so weg, dann hätte man schön mal, ich werde Andreas noch vielleicht den Tipp geben und auch so ein paar Schnittgummi mit in sein Auto legen. So, die nächste biegen wir bitte mal nach rechts ab. So, kurz die Aufregung dann, jetzt haben wir grün. Das ist grün. Wir biegen dann an, der nächste Ampel vorne bitte nach links ab. Wichtig ist, immer rechtzeitig einordnen. So, dann gönnt ihr jetzt mal zum runterfahren den kurzen Schnippen. Komm, wir schnippen gemeinsam. Aua. Und runterfahren und runterfahren. Nochmal. Wir gönnen uns das. Super. Danke, lieber Christian Lodermann. Ich glaube, wir verlinken auch nochmal dieses Video. Weil ich habe mit Christian ein Video gemacht, da hat er das so ein bisschen noch deutlicher erklärt. Vielleicht kannst du dir das auch noch heute mal anschauen. Und zwar ist das ein Video gegen Prüfungsangst. Also wie funktioniert Prüfungsangst auf der einen Seite und wie kann ich der Prüfungsangst entgegenwirken? War nicht zu weit vor. Guck mal, der Bild auch. Guck mal, wie weit du jetzt hier bist. Du stehst schon fast hier drinnen. Hier drüben. Willst du das? Ja, stimmt. Ich muss das früher. Genau. Du hast früher schon ein bisschen anhalten können, gell? Ja. Okay. Wir biegen die nächste links ab. Dein Spezialthema. Warum mache ich das? Weil du nervös bist. Nee. Um die Nervosität abrühren. Nee, ich selber bin jetzt nicht so sehr nervös. Ich bin wegen was anderem. Weil du jetzt gleich durchfällst. Nichts. Ein Stoppschild. Ah, ist doch nicht dein Ernst. Das hast du nämlich nicht gesehen. Deswegen bin ich voll der Schnippgummi-Mann. Achte ein bisschen mehr darauf, was da für Verkehrszeichen stehen. Ja. Okay. Und, nun? Was willst du da hinten? Stilgum. Ich weiß ja, Mann. Ich glaube, weil du da hinten geguckt hast, wo keiner kommt, hast du den, der eigentlich da ist, gar nicht gesehen. Sehr gut. Schnipp dich runter. Aber das hast du nicht gesehen, stimmt's? Ja. Ja, war, glaube ich, schon ganz gut, dass du eingegriffen hättest. Ich weiß jetzt nicht, wie ich. Ja, sonst hätte der bei dir jetzt hier an der Seitentür reingeguckt und hätte vielleicht noch Feuer gefragt für seine Zigarette. Keine Ahnung. Das wäre ja jetzt nicht so gut. Das sind halt so die Fehler, die einen dann so auf morgen noch mal nervöser machen. Ja. Das klappt echt super, das Anfahren und das Ganze schalten. Das ist sensationell. Ab nächstes Jahr kommt ja die Automatikregelung, ne? Hast du schon gehört davon? Ne, ne. Wir fahren weiter gerade raus. Das heißt, Fahrschüler, die in Zukunft ihre Führerscheinausbildung absolvieren, können auf Automatikfahrzeugen fahren, also die Ausbildung machen und die praktische Prüfung. Jawohl, sehr gut. Man bekommt trotzdem die vollwertige Fahrerlaubnisse, wenn sie in der Fahrschule zehn Fahrstunden auf dem Schaltwagen fahren und 15 Minuten beim Fahrlehrer eine kleine Testprüfung machen. Und wir fahren gerade aus. Und wir fahren gerade aus. Du hast doch Vorfahrt. Oder? Ja, ich habe geschaut wegen der auf der Vorfahrtsstraße. Ja, du kommst auch von der Vorfahrtsstraße? Ja. Und warum wolltest du da was gucken? Kennst du da jemanden? Nein. Bist du da sattelfest, mein Lieber? Ja. Das war abknickende Vorfahrtsstraße? Ja. Das habe ich jetzt schon zweimal bemerkt, dass du da so ein bisschen dahin geschaut hast, wo du eigentlich gar nicht so richtig hingucken musst. Das wäre so, wie wenn du jetzt hier guckst, wer da drinnen wohnt. Ja. Das interessiert dir auch niemand. Außer du wohnst da. Oder da. Du fragst ja auch nicht die hier, wie sie heißt. Nein. Oder er hier, wie lange er schon dort im Gartenbaubetrieb arbeitet. Also insofern ist immer wichtig, was ist wirklich spannend für mich, um im Straßenverkehr sicher zu fahren. Ja. Das gucken wir uns nachher nochmal an, das kriegen wir ganz schnell hin. Super. Danke dir für deine Zeit. Ja, dafür wär ich bezahlt. Nein, lieber. Und wir biegen dann mal bitte rechts ab zur Einfahrt in diesen super Parkplatz, super Netto Parkplatz. Ja. Gut so. Jawoll. Ja, da sehen wir hier, das kommt vom Krankenhaus. So, ein bisschen Vorsicht walten lassen. Max und Moritz, diese beiden. Wir fahren rechts oder geradeaus? Äh, Vorschlag wäre rechts. Irgendwie, dass wir da wieder rauskommen hier unten. Ja. Ja. Den Kollegen grüßen. Da, 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 da. Was willst du hier? Wollst du in den Netto rein oder? Wolltest du was holen? Äh, nee. Schon gegessen. Schon gegessen? Ich sag nix. Aber ich schnipp schon mal. Erinnerst du dich vorhin? Ja. Ich schnipp schon mal. Heute früh, als du hier lang gefahren bist, was hast du da falsch gemacht gehabt? Ja, da haben wir nicht angehalten. Haha. Haben geschaut, ob die Straße frei ist. Und dann bist du einfach gefahren. Ne? Weil Stoppschild ist nicht so dein Ding. Aber jetzt hast du es super gemacht. Pfeil auf Glas, gib Gas. Pfeil auf Glas, gib Gas. Jetzt hab ich schon wenig. Super geiler Spruch. Ja. Dick aber schick. Gibt's noch. Ja. Pfeil auf Blech hast du Blech. Was gibt's noch für Sprüche? Ähm. Gehen wir die Idee? Alles was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja. Frieden ist besser als Krieg. Das ist eigentlich der beste Spruch überhaupt. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt der Schnippgummi. Wer Erfolg haben will, muss ab und zu die Regeln festen. Der Pia entwickelt sich gerade zum besten Fahrschüler überhaupt in der Welt. Mein Lieber, wir biegen dann bitte mal nach der Lichtsignalanlage. Die fahren wir noch gerade aus. Und dann biegen wir bitte mal nach rechts ab. Ja. Hast du eine Mutter? Ja. Ne, Spruch. Okay. Hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter. Kommt von Helge Schneider. Ja. Okay. Nächste rechts. Mal sehen, wenn noch einer raushört. Äh, jetzt könnte man wieder... Ah, entspannen. Entspannen. Jai. Mal sehen, wir fahren weiter geradeaus. Ich will noch eine Richtung. Ich höre. Jetzt hast du das gemerkt. Ja. Bist du da vorhin schon? Ja stimmt, weil die einfach nur um die Kurve fahren müssen. Ja, die fahren um die Kurve. Aber diese Vorfahrtsstraße ja, tangiert dich ja nicht. Die anderen hatten ja Vorfahrt zu gewähren. Ja. Aber jetzt hast du es richtig gemacht. Es könnte ja sein, dass du alle Strecken zweimal fahren musst. Mhm. Aber ich glaube, wenn du alleine bist und du niemanden neben dir hast, glaube ich fest daran, dass du das kannst. Ja. Das ist super, geht super, super, super. Du musst dich noch nicht mal schnippen. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei wart. Wie ihr gesehen habt, hatte ich ab und zu mal Probleme mit der Vorfahrtsstraße. Aber ich glaube, dass ich das jetzt auch in den Griff bekomme und bin ganz guter Dinge, dass das morgen klappt. Vergisst nicht einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Abo und wenn ihr möchtet auch gerne die Klingel. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns demnächst. Musik